Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft und das ist nicht nur eine normale Folge Minecraft, sondern dass die hundertste Folge, ich verstecke mich jetzt mal drin, dass die hundertste Folge Minecraft, und ich habe nichts zuerst dabei, ah doch habe ich doch, mein Gott, genau, ich habe ja die Korrektur, ah genau, ja genau so war das, hundertste Folge Minecraft, das ist auch wieder, hundertste Folge Minecraft zum fünften Mal, ähm, boah, das sieht alles wie geiler aus jetzt hier, aber irgendwie gefällt mir der Teil noch nicht, aber später, ähm, hundertste Folge Minecraft, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon erwähnt habe, ähm, ich weiß nicht, was wir machen, aber, ja, wobei, ich weiß zum Teil, was wir machen, und zwar machen wir uns jetzt erstmal, alter, weiß man muss das Ganze mit Havik machen, das ist also super, egal, ohne Wort, so, ein bisschen neulich, dass man es natürlich wieder drin, jetzt müssen wir auch noch Wolle, äh, Sand, Sandstein, erstmal, oh, sortiert, weil wir ja vormachen sollten, aber nein, warum sollte man denn auch, so, die Tür brauchen auch nicht, ne Bergmal, Schilder brauchen wir nicht, Kakaobohnen, ne, die Kuh, die Kuhn, die, 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 die Nahrung, Weitchen kommen auch in Nahrung, äh, Pflasterstein, kommt, äh, in Cobblestone, Spitzhacke, pfff, Irgendwann eine Eisenhacke brauchen wir, wir wollen wir nicht, so, Eisen schaue ich nicht mehr mit, Grafientable auch, äh, die Stufen, wir wollen da nicht irgendwie in was bauen, nehmen, wollen wir nicht, also brauchen wir sind Spitzhacke, und Holz, aber Holz habe ich, und ich brauche noch ein bisschen mehr Holz, verdammt, wow, egal, äh, ich nehme hier einfach mal so die Hälfte mit, so, und mache jetzt ein paar Sticks draus, so, seh zu, lernt, besser nicht, so, tschüss, jetzt können wir nichts mehr da rein, bra, 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 reinpacken, das, äh, ein Boot, und noch ein Boot, und noch ein Boot, und noch ein Boot, okay, das war's, jetzt kommt also, dort halt ein, äh, Holz ist schon mal drin, facken, aber auch schon mal eine Schere, wäre auch schon eine Schere, man mag vielleicht Schafe finden, aber die machen wir heute mal nicht, äh, leichter, so, Schaufel, Steak, also, ja, komm, Steinspitzhacken, braucht euch auch keiner mehr, ne, aber ich packe dich heute mal hier rein, falls um die schlechte Zeit sind, oder so eine Kacke, so, äh, Boote packe ich mal hier hin, so, okay, und wir gehen los auf eine kleine Erkundungstour, weil ich wusste nicht, was ich machen soll, ich weiß, weißt du, irgendwie, hm, naja, wir machen das einfach eine kleine Erkunde zu, vielleicht mit ein wenig Höhlen, dann können wir vielleicht endlich mal ein scheiß Weltportal, ein bisschen Fortschritt haben, und dann vielleicht mal hier, aber ich kann natürlich nicht versprechen, ne, so, oh, oh, warte mal, was wir noch brauchen, sind, Koordinaten, nein, jetzt macht es mir nicht mein, 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 mein Mund kaputt, so, hier, lalala, x, erst mal so ein Kartenmord runterladen, ich weiß, äh, lalala, das machen wir auch gerne, das hätte ich bin so gut vorbereitet, heute mal wieder, das ist echt, 1, 1, 2, ich weiß, guck mal, wie die Feuerwehr, so, äh, rein hier und zu, dazu knallen, äh, ich hoffe, ich kann meine Schrift auch lesen, ja, okay, alles gut, alles auch richtig aufgeschrieben, das heißt, wir können es mal schnell wieder, machen, ist ja ekelhaft, und, ja, jetzt beginnt es auch die Reise, nach, ins Ungewisse im Prinzip, ich habe nämlich noch keine Ahnung, was wir jetzt machen, ich habe auch noch, haha, ich bin schon, bei der Hinz, so eine fette Höhle, da, da, da fahren wir jetzt hin, ne, warte mal, d, 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 wie viel, wie viel Höhle hier, oh, böse Oktopus, sei denn vorbeischauen, habe ich, ich habe gehört, 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 es ist vorbei, weißt du was, so haben wir irgendwas um uns da, tschüss Boot, boah, es ist tief, aber er geht, fuck, ich habe nichts, ah, man, oh, scheiße, nein, ey, nee, oder, nee, oder, alter, boah, ich war ausgerast, wenn ich jetzt gestorben bin, nach 100. Folge, so, komm, okay, ich muss nach oben, ähm, ein Problem, scheiße, äh, ach, kann eigentlich noch unser Haus sein, komm mal zurück, aber warte mir, markiert uns das immer irgendwie und zwar gar nicht, ja, wir werden es aber wieder finden, ich brauche eine Axt, by the way, also jetzt ist wunderbar, was ich hier gerade mache, mal, es ist ja zu langsam, was abzubauen, ne, ich glaube, jetzt habe ich keinen Hunger mehr, also, hä, wieso ist denn, ach so, ist es im Boot, aha, okay, auch, äh, was neu hast du gelernt, in der unnützten Folge, warum auch nicht, oh, voll, wie, Alter, wie viele Junklöcher hier sind, das ist ja ekelhaft, so, komm, go, ich bin, oh, ich bin hier immer noch, oh, okay, wo ist, das Boot, ach, hier, okay, mal gucken, ob es abtreibt, aber ich denke mal schon, deshalb, ja, wir haben noch drei Boote, oder, ja, genau, okay, das ist mir ja ein scheiß Steak, sagen wir uns halt, ganz schön eine Axt, dann geht es aber los, glaube ich, nach einer kurzen Verzögerung, so, wir gehen hinten rein, bei hinten ist es cooler, ja, wissen nur die wenigsten, so, ich glaube, ich brauche eine Eisenachse, sonst schafft er das wieder nicht, deshalb, ne, ist da Bescheid, und so, das packt wieder weg, hier, und jetzt fahren wir noch mal hin, ich habe die zweite, sage ich mal dazu, vielleicht sind wir, ich bekomme jetzt mal weg, ich hoffe, ich hätte mir auch wieder Fackel, wieder beatmen können, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ganz kurz, bleibt hier verkehrt da, und dann, das eigentlich gehen, ach, man so gut ist auch noch da, boah, oh, nein, okay, alles gut, ich muss aber keine Armruhe warten, ich habe immer in die Richtung, ansonsten finden wir das schon, ansonsten gehen wir einfach anders runter, nein, nein, wir sind ja vielleicht noch ganz gut gewesen, jetzt, aber ich mache es nicht mehr, aber ich habe sowieso, ich habe sowieso keine, ich habe sowieso keine Möglichkeit, das zu machen, so, da hinten ist es, diesen Stift hier, äh, äh, ja, oh, ich bin Kraken, oder so, keine Ahnung, wie es sein soll, so, ist es immer da drunter, oder drüber, oder wie auch immer, aber ich sehe gar nichts, ne, da, okay, ich gehe davon nochmal hoch, hallo, lieber Kraken, was ist da hinten, ach so, okay, keine Ahnung, irgendwas halt, stimmt ein dicker Wal, für alle wären schon geil in dem Spiel, ne, guck mal, ja, nee, verdammt, ich dachte man, oh man, ich dachte man hat da dann Luft, aber das ist ja gar nicht mehr so, wie in den alten Zeiten, ach man, wahrscheinlich habt ihr euch jetzt gefallen, was macht ihr da eigentlich, nein, das ist der Stein, nein, es ist auch noch Kies, oh man, guck mal, jetzt ist coole, okay, ich muss nach oben, oh mein Gott, geh nach oben, geh nach oben, alter, ohne Spaß, ne, ich warte, jetzt müssen wir wieder volles Leben ab, das ist mir zu riskant jetzt gerade, viel zu riskant, auch mit folgendes Special geht schon so spannend los, ne, ist unglaublich, la 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 la, ich hatte auch mal mal Folge 11 Special, wo ich auch in meiner Stunde weg war, auf eine Höhlen suche, äh, da ging es dann aber nicht, und jetzt möchte ich ja auch hier, weil ich jetzt frage, was ich überhaupt mache, ich möchte jetzt hier um eine Höhle stoßen, weil ich habe ja in den Chang'Fan gesehen, nennt mich Cheater, ist mir völlig egal, ich habe da gesehen, hier drunter ist eine fette Höhle, und ganz ehrlich, ich habe so wenig Höhlen in dem Spiel, da darf ich ja auch mal außerseits in der Welt cheaten, also ganz ehrlich, so sehe ich das, so, hier ist aber kein Wasser, oder, ne, okay, also erstmal hier Fackeln reinmachen, so, und das Wasser abklemmen, so gut wie es geht, mal hier im Pflaster stand, ich habe sogar eine Kohle bekommen, geil, na, Alter, hier ist ja überall, oh mein Gott, schnell nach unten, ey, ist ja ekelhaft, so, ja komm, ich baue alles gleich ab, und immer so zwei Blöcke machen, also so schlau bin ich dann auch schon wieder, so dass wir dann nicht in Lava reinfallen, oh, oh, ich höre schon Spini, aber, vielleicht ist sie auch in der Seite, und dann werde ich ihn, ah, der ist laut, dann werde ich ihn niemals finden, das ist hier drin, wir klingen alle gerade extrem, eigentlich klingt die aber eher so in die Richtung, und ein bisschen oberhalb, ich kann mir die entscheiden, ne, ich gehe jetzt auch mal, okay, es ist viel näher, Alter, ähm, Alter, soll ich jetzt echt runterspringen? okay, warte, ganz ruhig, ganz ruhig, wir haben jetzt, die Situation, jetzt mal Lava mit Wasser, das ist okay, da unten sind, eine Spinne, ein Creeper, eine Fledermaus, also Batman, dann noch ein Zombie, nochmal ein Creeper, ein Skelett, naja, willkommen zu Hause, ja, eine Fledermaus, nervt mich gerade schon wieder, ja, wieso habe ich mal einen Bogen nicht mitgenommen, ey, boah, ich habe da kein bisschen Angst hier, aber komm, weißt du, so, die Spinne sollte erst mal hochkommen, ich bin nur wieder mal, das ist ja um uns Spinnens, Spinnensporn noch, aber ich glaube, äh, ich weiß, dass es von ihm was kommt, aber auch von mir kann nichts kommen, also jetzt spawnen, was aber jetzt auch nicht mehr, was hier oben spornen, ich bin leicht paranoid, die Sommer, das Lava, oder? ne, das Schildes, was, ich sage, das ist ja Lava, hier, das wäre ja voll die Todeshöhle, aber leider ist ja auch noch was, Alter, wie will man denn, alles so eine Fledermaus, Alter, wie willst du denn? Ich habe kein Enderman gehört, wie viel Zeug hier ist, haha, ich bewerf sie mit Stein, bringt natürlich voll was, Alter, ich habe keine Ahnung, wie er ist sicher und komfortabel, vielleicht kommen wir ja auf die Richtung hier, ach, warum, das ist dieselbe, warte mal, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, was ist das also, hier ist ein Durchgang, aha, kann ich von der Schlagen, komm, komm mal hoch, Spinne, komm mal hoch, ich bin zu eng, Alter, ey, nicht so hast dich, ey, komm, jetzt wird, oh Gott, okay, 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 hallo Creeper, du machst mir erstmal nix, lol, lol, ich habe gerade, ich habe gerade, ich habe gerade, von einem Feind, ich will dich Angst haben, nur Angst, dass ich dann Lava reinfliege, ich gehe nicht lange, da ist zu viel Lava, jetzt kann ich aber von hier aus, mal hier erstmal, Kavan, also, ne, alter, dann können die so alle, sogar leider, äh, äh, Alter, wie viel, Alter, wenn das immer nicht, Alter, Alter, ist gegenseitig, weil ich gehe eigentlich hoch, ich kann zu ver, ach, Alter, Alter, was soll ich denn machen, mal, jetzt kommt doch einfach, jo, das war so der schlechte Fehler, so der schlechte Fehler, ne, so der schlechte Fehler, Ach Gott, hier auch noch, kannst du vergessen, ey, ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht hoch, ach, komm, die Spinne, die cheatet mal wieder hier, ne, Alter, ich gehe nicht bei vier Creepern, nee, das mache ich nicht, gehe ich zuerst hier lang, aber, ich beschlage, ich beschlage mich nicht, ich beschlage mich nicht, äh, wir haben eine Höhle, und darüber bin ich eigentlich schon ziemlich lack, auf welcher, auf welcher Höhe denn, Alter, das ist schon eine riesige, ich bete, wir finden Diamanten, Ah, Alter, so viel Filidermäuse, so, geht es hier weiter, nö, aber das muss es auch nicht, ich lasse die Kuh jetzt mal links liegen, denn ich möchte halt, wie viele Filidermäuse hier sind, was weiß ich hier, ein sehr potenzieller Spawnout, auf jeden Fall, soll immer schon mit Schwert rumlaufen, was da, habe ich nicht noch alles, okay, Alter, der macht auch nicht mehr lange mit, ne, guck mal, das ist nicht mal hier mit, das Gold, man weiß ja nicht, vielleicht braucht man es einfach irgendwann mal, vielleicht kommen ja auch neue Sachen raus, für die man Gold braucht, weiß man ja nicht, muss ich jetzt noch Eisen, Eisen nehme ich auch noch mit, aber nämlich auch nicht so in Massen, Alter, also mein Puls geht langsam wieder runter, der war gerade, äh, äh, gut, gut bestückt, guck mal, guck mal, an dem wir die S-K, Alter, Spaß nicht, mach jetzt mal zu, weil wir sehen, was von hinten reinschleicht und mich da reinballert, nee, so, ich glaube, wir können hier gefahrenlos abbauen, ach, ja, guck mal runter, Creeper, was ist denn das, ach, eine Federmaus, hab, 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 boah, die Killerhöhle, ey, Alter, mein Puls, ne, aber genauso wie Höhlen wünsche ich mir, die einfach richtig abgehen, so, die Herrschaften sind immer noch da, weil da unten Spaß macht, mach ich erstmal nach oben, ich hoffe, es kommen hier nicht 1000 Creeper, okay, alles klar, ja, hier springt schon alles in den Freitod, ich hab Spaß, Alter, ich will gar nicht an den Rand gehen, das mach ich nicht, wenn dann so, aber da seh ich nicht viel, oder, ich geh da nicht hoch, nee, ich bin lieber safe, aber ich glaub, ja, so ist es immer safe, ich werd, ach, man, das war so nervt, ich hab den Bogen mitnehmen, so nicht voll idiot, Alter, soll ich da echt, Alter, das ist sofort laver, ne, jetzt geht immer weg, boah, vor allem, wieso hab ich nicht so wenig Fackeln, jetzt geh noch mich voll idiot, Mann, ich muss bei einem coolen Abbau gehen, ma, voll bescheuert bin ich da, mein Gott, ich hab auch nicht draufkommen können, das 49 Fackeln vielleicht nicht ausreichen, naja, jetzt war ich eben hier, cool ab, mein Holz haben wir ja zumindest mitgenommen noch, also eine Kraft Intel haben wir auch, falls wir auch spitzen, das was wir machen müssen, also wir sind eigentlich schon relativ safe, ansonsten denke ich auch immer, dass hier irgendwo ein Minenschacht ist, wobei ich jetzt keinen gesehen habe, von dem Chunkloch, aber, man weiß ja nie, ne, aber die Höhle ist geil, finde ich, die Höhle ist sehr geil, super geil, so, jetzt mach ich mal, wo ich mal ein bisschen Ruhe hab, erst mal hier, warte mal, erst mal die Hälfte, dann die nochmal zu, dem da, weil ich mein, wir haben genug, dann kann man nämlich hier nochmal, Kohle richtig fett verarbeiten, so, jetzt haben wir nicht wieder, fucken, das ist mir viel lauter, ey, ich hoffe, ich hab da immer ein Schwert rum, ich bin auch nicht dämlich, ja, mach ich so, ja, dann spitzen kann man in Ruhe wechseln, wenn man es abbauen möchte, aber, äh, essen oder sowas ist schwierig dann, so, hier ist die Lava, da packen wir auch noch einen Fackel rein, wenn da was von hinten kommen, ist dann die Lava rein, weil dann die andere, dann haben wir ein Problem, so, hier oben haben wir ja gerade, relativ safe, alles gemacht, ach, jetzt ist ja wieder alles, oder, da kommt doch alle hoch, da kommt doch alle hoch, weiß ich mal, dann kommt mir die Zeug runter, sonst bremme ich aber alle weg, okay, nichts von hinten, alles klar, geht doch mal weg hier, ey, so, soll ich in die Luft gehen, ey, geht schnell weg von der scheiß Lava, so, und jetzt machen wir über den Fackel hin, damit wir nichts neues spawnen, hier wächst Gras, hier ist Lava, da kommen wir später auch nochmal rein, hier, wie erwähnen wir jetzt, 14, das ist ja wohl Diamanten, oder Red Stow nehmen, ah gut, es ist okay, ich beklage mich ja nicht, aber Diamanten werden schon ganz nice, und ich denke mal, wir werden jetzt auch, ich gucke mal die Höhle an, und auch die Rohstoffe und sowas, ich denke mal, hier werden Diamanten sein, benutzen, nötiglich in dem Fall, so, Kohle haben wir ja auf jeden Fall, weil wir haben auch bei uns in den Bergen, ne, also wirklich Kohle, Mangel haben wir nicht, aber gut, kann man immer wieder mitnehmen, weil auch bei der Fackel machen, ist das vielleicht unten, und dann kann man ja nicht mehr machen, nach oben gehen, geh weg, geh weg, so, wir haben das schon gemacht, jetzt nicht mehr LLP, und sie eingebaut, zu oft, also nein, da war die Lava, boah, ja, komm, du scheiß Vergiftungsdrang, egal, alter mit der Helm, der macht es nie mehr lange mit, was wir dem antun, naja, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt müssen wir warten, bis wir da oben sind, mega spannend, super Hexe, findest du es lustig, oder was, das war vielleicht nicht mehr zu klug, kann man vielleicht auch so machen, so, wie langsam wir uns regenerieren, so, jetzt mal eben noch was, nervig, verdammt nochmal, mein Gott, so, jetzt kommt, so, jetzt kommt, ach, ich hab mich hier lang eingebaut, mein Gott, ich verlebe mir schon voll die Orientierung, kann man weg von der Lava, ne, 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 Papa, ma, ich überlebe das auch noch, Alter, was geht denn hier ab, ey, scheiß auf Dell, dein Spiel Minecraft, da weißt du, was überhaupt ist, so, wo geht's hier lang, aha, super, ne, mein nicht, das ist für das Erste, zumindest dann nicht, Alter, mein Herz, ne, lab ist da zu liegen, komm, ist was, und dann brauchen wir das noch für, keine Ahnung, warte, wo ist der Scheiß zum Mädchen, ja, da, mein Gott, aber was du komisch an den Höhlen hier finden, ma, also, wenn dir keinen Spawn hast, dann weiß ich aber auch nicht, guck mal da oben, Alter, da oben auf jeden Fall ein Spawner, Marco, Alter, ohne Spaß, ich muss hier weg, wow, lasst mich in Ruhe, ich warne euch, nur das sind Diamanten, ne, das ist nur Eisen, ich dachte gerade schon, was ist hier, da geht's nach oben, möchte ich aber eigentlich nicht, hab ich gut zu, zu mir nach, was da ist, aha, super, geil, braucht doch keiner, mein Gott, mein Herz, ne, von dem ich fast fertig gemacht hätte, ist es kalt, also hier muss ja jetzt wohl ein Spawner sein, also ich bitte euch, es könnte mir eigentlich erzählen, dass hier kein Spawner ist, wahr, ja, guck mal, wo muss ich einfach mal hier hinladen, Zombie, Mama, okay, hier ist nix, was am Zombie halt, man arbeitet aber noch ein Spawner, also was heißt aber noch ein Spawner, oh, die kann hier, aber dann wird mal in den Creeper, bitte, ja, das hat natürlich super, ja, genau so wollte ich das, aber jetzt, solche, aber power, ne scheiß Skelette, so, jetzt kommt, alter, 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 ich schrück mich noch einmal, okay, warte, ich, geht's hier, einfach hier nach hinten, mit dem Schwert, wie viel hat es noch, 52, alter, boah, wo kam denn solche Spinne her, von hier oder was, wartet mal aber, so, weiß nicht, ich hab's irgendwann mal raus, so, wo, wo hab ich denn mich hin, ach, so ist es auch, ah, okay, aber jetzt wohl kein Spawner mehr, ne, da, für ein dicker Creeper, so, ein bisschen schneller hier mal durchrushen, so, von hinten haben wir auch nichts, so, jetzt sind wir wieder hier, oder was, alt, alter, guck mal, da fern wir ja, wir müssen auch Eisen mitnehmen, also ich bin ja, kann jetzt nicht nur so auf Diamanten-Modus sein, äh, ich muss ja auch ein bisschen anderes Zeug auch mitnehmen, das lohnt sich, das ist ja auch gar nicht, boah, Alter, mein Herz, sei es mitnehmen, kommt auch nicht, ich wollte es, das ist daneben, auch nicht, man, ich denke mir, das in der Mann, auch gold, nehm, auf jeden Fall auch mit, vielleicht braucht man es ja irgendwann mal, mein Gott, für Uhren kann man es dann nehmen, oder auch für Goldblöcke, wenn man es schön findet, aber für den Rest ist es irgendwie nicht so geil, ach, war auch klar, ey, ohne Skeletten, ohne Skeletten, Skelette ist das hier keine gescheite Öl, denn du wirst dann Bescheid, oder warte mal, geht es hinten weiter, Nö, willst du noch, auch sichere Entfernung mitnehmen, wenn ich es ja nie brauchen, dann ist mir ja gar nicht mehr, wenn man darum das Eisen, weil das hat drunter ein Diamant, weiß mehr, ehrlich sogar auch schon, aber nicht in dem, der IP jetzt hier, aber halt in meiner Welt halt, ne, in so einer Welt, das ist die Lava, also hier ist eine Hexe, aber die überlebt ist, weil die so einen scheiß, Feuerresistenz-Trank hat, so, da bin ich wieder, mit einer Flasche Wasser, ich hab's nicht mehr ausgehalten, so, weil da geht's dir in der Killerhöhle, mein Gott, das sollst du mir da, okay, jetzt muss ich mich erst wieder orientieren, ach, genau, ich war die Scheiße, na, 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 weißt du denn jetzt, warum ist denn jetzt, dass du eine Kack-Hexe, die sollst du dir einen scheiß Drang wegnehmen, Alter, das ist unglaublich, ey, weißt du was, so, hab ich keinen Bock drauf, jetzt sag's jetzt, Hexe, so, so, einmal haben wir hier weggemacht, Alter, das ist für eine fette Hülle, so, okay, warte mal, wir machen das immer eben weg, hier, so, komm, löst dich, ich möchte zu meiner Lava, nenn dir man, ne, ich glaub nicht, ma, so, ich kann Bau-Material, ah, doch, hab ich, nee, doch nicht, toll, oh, 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 so, 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 wie weit das hier noch oben geht, ey, das ist unglaublich, unbelievable, aber wir müssen mal ein bisschen Eisen mitnehmen hier, es geht ja gar nicht, geht ja gar nicht, hör mal, so, weiter geht's, weg von der Lava, ey, wie geht's auch noch weiter, was ist was, no risk, no fun, oh, ich baue mich doch jetzt hier nicht, warte mal eben, erst mal so, aber ich baue mich hier doch nicht, Alter, okay, eigentlich habe ich gar nicht solche Angst hier über den Lava-Seban oder sowas, aber ohne Spaß, wie ich die Relays gerade kennengelernt habe, ma, ähm, ist mir da echt nicht zu Spaß, ne, deswegen, ne, muss, bin ich da echt gerade ein bisschen vorsichtig, alles, alles, ich bin da fast reingerannt, okay, warte mal, rein hier, okay, alles klar, alles klar, alles klar, ich bin da auch hier auf Nummer sicher, ne, so, wo geht's jetzt hier raus, ma, wo bin ich eigentlich, elf, geht's jetzt hier in die Höhle, Mann, da war doch so ein, äh, 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 es raucht meine Nerven, Nerven, ah, warte, geht's jetzt drüber weiter, ja, toll, hier habe ich nur Redstone, braucht aber keiner, ist ein Problem, da, alles klar, hallo, toll, toll, jetzt geht's hier nicht weiter, oder was, na, super, das ist ein Scheiß, das ist egal, aber dann habe ich hier mit dem Lernen an, ich will zumindest das hier mal mit, so, so, ich bin leicht vorsichtig, hm, im Prinzip muss ich nach da oben, ne, ähm, ja, ich esse erstmal was, das ist ganz wichtig, und im Prinzip haben wir jetzt keine Diamanten gefunden, oder was fliegt denn da, so eine Federmaus, eine brennende Federmaus, ohne Spaß Leute, ne, ich bin, ich darf überlegen, ob ich einfach Strip meinen soll, weil ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier noch irgendwie an Diamanten kommen möchte, wir sind hier in der Riesenhöhle, finden was, was ich, wie viel Eisen, sonst was, Alter, aber, kein einzigen Diamanten, toll, wie wichtig ist alles ausrichten, weißt du was, ich meine, es ist einfach jetzt mal so, warte mal, oh nein, hier sind keine Diamanten, ich mache es eben mehr auf Peace, wo ich ein bisschen darüber gebaut habe, warte mal, davor muss ich aber das Wasser, oh man, jetzt muss ich das abklemmen, ey, ich habe, ich wette, ich habe schon ein, zwei Diamanten übersehen, aber, ne, Arc-Fee werden hier nicht sein, das sage ich euch ganz ehrlich, und es regt mich ehrlich, ich sage gerade ein bisschen auf, ich meine, ich begebe mich hier auf eine fucking Höhen-Tour, um Diamanten zu suchen, dann finde ich da keinen, oder was, naja, Minkern bringt ja auch nichts, so, wir kommen jetzt hier am besten nach oben, so, auf jeden Fall nicht, so, so, weiter geht's, und ich werde hier nicht rausgehen, ohne Diamanten, das sage ich jetzt schon mal, jetzt geht's wieder nach oben, was war die Kacke eigentlich, oh man, jetzt ist die Höhle schon wieder zu Ende, das sind Höhlen, die, äh, kannst du nicht verantworten, ganz ehrlich, ich bin spitzsackig, ich halte nichts aus, hier ist man eben jetzt, 20, aber ich glaube, jeden Fall nicht, in der 100. Folge, strip mine, das kann man vergessen, Aua, ja, kommen wir jetzt hier, äh, was macht man jetzt hier noch, ich hab, wir haben ja hier nix mehr, also im Prinzip, war das jetzt gerade alles, für nix, aber dann mal hin, geht's dann weiter, aber warte mal, ähm, sollte vielleicht noch anmachen, äh, lasst mich hier durch, und es regt mich auch ein bisschen auf, in Höhe, in ganz ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich eine andere Welt genommen, ganz ehrlich, weil du findest ja einfach nix, jetzt war ich auf Höhe 21, Diamantenhöhe, ist das nicht wirklich, ja, jetzt steh mal da, ne, guck mal, ich mach das mal zu, ne, das ist ja blöd, blödes Wasser, okay, da muss ich dann lang, immer nach oben laufen, aber ich denke mal, dass da wieder auch wieder enden wird, so wie über allen Höhen, die in Minecraft, zumindest in der Welt hier, das ist echt scheiße, ganz ehrlich, naja, irgendwie werden wir schon Diamanten hier finden, und ich werde nicht rausgehen, dann sage ich euch, ich werde nicht rausgehen, bevor ich nicht mindestens, drei Diamanten habe, mindestens drei, wenn nicht mehr, ne, wenn ich mindestens vier habe, ich brauche ja noch ein Enchanting Table, dass ich, ne, wenn ich mindestens in meinem, dann okay, okay, ich brauche sieben Diamanten, Obsidian, und so weiter halt, ne, und vor allem sieben Diamanten, werde ich nicht rausgehen, immer wieder ein schönes Skelett, bringt ja nichts, geht doch einfach mal weg, hier du scheiß Skelett, mein gott der bürger us-meisen abzubauen davon haben wir erstens relativ viel brauchen wir nicht wirklich was hier ist man jetzt mal wirklich ist so 70 das man müssen auf einfach das weil wir gehen da rein wo geht es nicht hier lang aber hier war mal ja wir waren auch schon mal toll jetzt hier irgendwie lang nee ja da fliegt hat sollte in die lava machen sie mal freiwillig ne wisst ihr bescheid von hier kam ich glaube ich mal wieder hier hoch und hier kam ich nicht aber ist auch nur ein kurzer gang aber ich kriege eine anfall einen anfall kriege ich hier meine damen und hier ein was machen wir jetzt ich weiß nicht wir sind immer noch mal hier lang das ist ja der lava siehne hier geht es nicht weiter oder näher sich nicht aber ich habe genommen lava sind sind oft jemanden dem möchte ich sagen man nach oder weiß dass jemand ist was ganz anderes wir machen jetzt aber mal ganz hardcore auch nicht wir wollen jetzt immer zu immer hier und dann kommen wir mal aus dem lava sie was ist muss ja irgendwie weil nix gibt es nicht ganz einfach und ja vielleicht klinge ich jetzt ein bisschen gedacht ich bin auch ein bisschen genervt weil mich das kann einfach ein bisschen an kurz dass wir in einer riesigen höhle sind und einfach keine diamanten und ich finde es ist ein bisschen blöd kann es machen einfach so mal sagen aber schicht einfach so so jaja es war das nicht wieder weg und wieder dran nee natürlich nicht so immer schicht für schicht go go so du fließt nicht weit ok gut alles hier weg vielleicht bringt es ja was ich weiß ja nicht weil das ist ja drunter ja irgendwie für die fetten diamantenmine aber ich bezweifle ist mittlerweile ganz schade schade ganz aber man weiß ja nieder relativ ist denn das mein gott zu tief auf jeden fall habe ich gehört das haben wir hier mehr laba auf jeden fall war der chef ist eingelaufen als war hier so ja wartet man das mal auch noch eben weg hier so und jetzt beim bamm 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 nach dem fackeln für die genügend er bei erleuchtung aber die wissen das ja glaubte dass irgendwie sowas drunter wie so eine riesige höhle auf höhe 9 auf höhe 9 so das können sie nicht weg mann ach man so so lalala das ist leider nicht allzu spannend ist gerade für euch für mich ehrlich gesagt gerade schon weil ich nicht weiß was jetzt hier noch wenn auf dem hinterher das skelett oder sowas kommt und bei meinem glück ist das sogar nicht mal so weit weg ich kann auch jetzt nicht ich habe einen neuen stein und ich bekomme lex jetzt gerade also sind das noch alles offen meiner dummheit so sagen wir mal zu damit hier hinter wo ich was spawnen kann aber dann uns nicht zumindest ich werde wahrscheinlich erstreckt was hier knurren wird aber es passiert so weit wie tief ist denn das ja mal geil erst mal voll fit bremsen vor aus tür so macht man das ich werde das gehört ich habe jetzt wieder so wenig stein mann und was soll das denn ich muss mich vielleicht mitnehmen verdammt ah ne so weiter geht's hier runter mal so jetzt sind wir hier wieder fällig geht's hier weiter runter wieder halte wie stark wie viel ist denn hier hier habe ich habe gerade das dungeon geräusch gehört aber wir sind auf höhe 6 es kann eigentlich nicht sein dass wir jetzt hier noch ein dungeon haben jetzt glaube ich hier oder darunter geht es weiter es wird sich einfach mal ein bisschen drumherum wenn jetzt hier noch irgendwo lava sie ist dann nicht weg aber das ist natürlich der fall finde ich sehr sozial immerhin haben wir überhaupt in dem special eine höhe gefunden und da gab es schon ganz andere specials das ist nicht cool okay ich glaube auf der höhe können wir mal ein bisschen buddeln fahren jetzt noch nicht mal mehr diamanten ganz ehrlich wir müssen mal für neun da sind glaube ich die meisten oder ne warte stimmt gar nicht auch für über elf ich glaube jetzt mal ein bisschen in eine Richtung ich weiß nicht ob es das bringt aber da unten wenn wir niemals eine diamanten finden das soll ich euch jetzt schon mal aber ich glaube ich gehe noch eins höher ja toll dann gehen wir jetzt aber weiter gerade aus ja redstone super redstone braucht jeder das ist voll spannend das ist voll spannend jetzt haben wir nur noch eine spitze okay die werde ich jetzt aber einfach komplett mal geradeaus lang buddeln so ach gott ich bin jetzt auch für zwei also ich dort haben wir schon mal gefunden alles klar alles klar boah 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 Okay, das ist ja mega spannend, eigentlich können wir das da auch ausmachen. Man-la-la. B-tori. Yay. So, Redstone lasse ich einfach mal rechts liegen. Ähm, wird... Boah, Alter. Ich dachte, da wäre Lava, ey. Ja, toll, wieder Redstone, braucht die jeder An den Inventar ist noch nicht mal voll geworden, weißt du Und das zeigt doch schon einfach, wie dämlich einfach die Welt hier ist Aber man kann ja das Haus nehmen und in eine andere Welt reinkopieren Muss ich mal machen, irgendwann mal Ähm, werde ich mich dann doch besser auskennen, natürlich erst Und dann, ne Geht das schon Das ist unglaublich, ohne Spaß Ist auch hier nix Kann doch nicht sein Ich glaube, dann mache ich jedes zweite immer noch eins nach links und nach rechts Dann habe ich einen viel größeren Bereich, den ich da abfarme Aber Man findet echt nix Nicht mal anderes Zeug findet man ja hier Weißt du, das ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie nicht nur die Ja, also keine Diamanten finde Ja, gut, jetzt gab es mal ein bisschen Redstone Aber so in der Regel findest du halt echt eigentlich Nichts Das mich gerade Hammer aufregt, wenn ich ehrlich bin Man Boah, dass ich jetzt doch noch strip meiden muss, das war, ist echt nicht nötig Ganz ehrlich, das war eigentlich schon nötig, weil die Welt bringt ja gar nix so an sich an Diamanten Aber mir fällt da jetzt gerade ehrlich sein, wie ich jetzt sonst irgendwie an Diamanten kommen soll Ey, ich bin Kis So, komm Hier nix Hier nix Ah, ich würde ein Zombie vielleicht, vielleicht ein bisschen noch eine andere Höhle Woher ich den denn? Hier eher Lass da mal mal in die Richtung ins Graben Jetzt hab ich wieder hier Jetzt hab ich wohl hier irgendwie Naja, oder doch hier Oh Mann Der ist über uns, oder? Oder doch hier Ich wär schon wieder dort Okay, ich glaub hier ist nämlich schon ganz richtig Ich muss aber mal eben Warte mal Ich muss aber mal eben Äh, eine neue Spitze gemacht So Äh, ein bisschen Eisen Also wir brauchen wir dann Ich mach einfach mal zwei Oder kommen wieder drei Ich weiß ja nicht, wie lange ich jetzt hier noch unten bleib Aber ich hab jetzt mal eine Stunde orientiert Das heißt, noch um die zehn Minuten Ähm Ja, ich weiß nicht Aber wenn es jetzt so weitergeht Hm Naja, wir müssen mal gucken Also wenn es jetzt natürlich noch eine Höhle ist Dann wird es natürlich ein bisschen länger als eine Stunde Aber, äh Ich denke mal, das ist halt wieder so eine Höhle Die halt nach ein paar Blöcken wieder aufhört Wollt ich nur so ein Zombie, der in so einem kleinen Gang gespawnt ist Naja, er gibt wenigstens Erfahrung So muss man denken Ah Mann, Mann, Mann Los, Brenne Eisen Das ist voll spannend Guck mal, ich kann nicht mal so lange was essen Äh 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 Ich krümel Komm Leicht geschafft Was geil wäre, wenn es auch so Sachen gäbe Dass zum Beispiel Kohle langsamer heißt Als zum Beispiel, wenn du Lava einmal reinstellst Das fände ich viel geiler Dass Lava dann aber auch alles viel schneller brennen könnte Was auch eigentlich, glaube ich, sogar halbwegs zumindest realistisch wäre Halbwegs, ne So Jetzt fehlt mir ein Stopp Boah, Mann Äh Sind wir jetzt zufrieden So Warte mal, das nehme ich immer mal wieder mit hier So Ofen Nicht unbedingt So Wo ist der scheiß Zombie Das liegt zu übel nah Alter Ich habe mich gerade erschrocken Alter, kann ja wohl kaum unter uns sein, oder? Nee Aber wie komme ich jetzt hier rüber? Hui Eine kleine Falle Gegen Creeper Falls die mich folgen Ich glaube, ich muss wieder in die Seite reinbuddeln Ich habe mich immer schon einmal mal den Zombie ignoriert Weil da Oh Oh So Ich habe den Zombie ignoriert Komm, geht weg Habe ich noch irgendwo einen? Nee Naja Schön, Krankenwagen Danke Komm, geh auf die Lage Okay Das heißt, müssen wir hier irgendwie Oh Gott, vielleicht Man Das ist ja noch was Großes Außer Wasser Vielleicht ja Diamanten Vielleicht ja Diamanten Aber ich bezweifle, dass mittlerweile Ich habe da irgendwie ein bisschen die Offenkraft verloren Nö, ich höre jetzt wieder auf Toll Das heißt Ähm Vielleicht hat mich noch Diamanten Dabei Ich muss das erstmal zumachen Nö, der will Das muss man ja wieder Hä? Halt, Hats Boah Haben Ein bisschen genervt bin ich gerade schon, ne So, komm zu Und Jetzt müssen wir warten Bis das Ding weg ist Toll So, haben wir hier irgendwo Diamanten Wir haben Lava Aber keine Diamanten Und deshalb würde ich sagen Wir gehen wieder nach oben Bleibt es gerade Ich weiß nicht, was ich machen soll Sorry Leute, aber Ich habe keinen Moment Können wir eben auch so Äh Achso, Alter, ne, sind wir ja schon Hallo So, wo, äh Ah, okay, ich weiß, wo wir sind Ist das denn hier auch ein Pfeil? Tja Denkt man, hier ist ein Diamant oder so Nee, nee Boah, dieser dämliche Creeper Was möchte der denn jetzt schon wieder? Tschüss, ihr Idioten Ey, Tamen So, wie kamen wir denn jetzt Wie kamen wir denn raus? Das war doch hier irgendwo, oder? Da war's Ja, toll Ich habe wieder irgendwoher ein Zombie Warte mal, geh mal hier hoch Ja, ich weiß nicht Toll Ach Gott Ja, das ist Rache an der Höhle, oder? Wie kann ich mich denn jetzt im Notfall Wieder beatmen? Gar nicht, alles klar Ja, wobei, ihr sollt eigentlich was schaffen Eine vielversprechende Höhle Die nichts versprochen hat Wollte ich schon was versprochen hat Aber es ist nicht gehalten, hat es so rum Doch, guck mal, wo Buzze ist Zumindest noch da Und es wird, glaube ich, Tag Immerhin ein paar Dinge, die mich dann doch wieder Etwas erheitern Jetzt weiß ich ja, dann ist nicht die Aber hier geht die Sonne auf Hier ist unser Haus Nimm, 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 nimm Glaube ich zumindest Theoretisch muss hier unser Haus sein Und sonst hab ich mir alles aufgeschrieben Dann, ne, wisst mal Bescheid Ja, okay, hier ist unser Haus Ne, Sonnenorientierung for the win Ja, das war jetzt ein 100 Folgen Special Von, ja, gleich in einer halben Minute Das war jetzt eine Stunde Ich treffe die Zeit im Vollgenau Muss ich mal geben, mich selber loben Aber, weil das erfolgreich nennen kann, weiß ich nicht Wie geil ist das aussehen, ich von hier Ich hab für die Chunkfehler, by the way Vielleicht fällt es euch auch erst jetzt auf Nein, man weiß ja nicht So, ach, guck mal, wir können Bein Vielleicht, guck mal gucken Hat sie hier gerade aktualisiert? Äh, über diese Nö, okay, alles klar Dann würde ich sagen, was ist mit 100 Folgen? Äh, nee, natürlich, was ist nicht, weil es geht natürlich auch weiter Und das ist auch ganz wichtig zu sagen Äh, es geht weiter morgen mit 101 Wie lange ich es noch machen würde Ich bin ganz ehrlich Verlieren langsam den Spaß an dem Projekt Aber, mal gucken, wie lange ich es noch mache Auf jeden Fall hat es heute noch eine Folge geben Das ist ganz klar Übermorgen denke ich mir auch Und in der nächsten Zeit denke ich mir auch Naja, das waren nur die Folgen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bitte bewerte das Video Bis dahin, haut rein, macht's gut Tschüss